willkommen zurück zu einem neuen let's play league of legends und zwar mit canon aka chanis ich mal fisch und jugo lp mit leblanc schack ist unser random mate und ja ihr könnt euch vorstellen wir dürfen uns nicht vorstellen doch nein durften wir nicht das sagt halt jetzt das sagt jetzt gerade die asche oder er ist in spiel johann spieler bloß franzosen vor ich bin kennen das ja wir haben kein teckern werden und tanken werden durch die spieler bau nicht doch sind ich habe eine helft hat hier uns gehen wir haben ja eigentlich haben wir eigentlich bis jetzt bei der aufnahme gelust ist eigentlich noch nicht oder nein bis jetzt noch nicht keine ahnung aber ich glaube heute ist es mal anfangen ich hab eistee gott wie negativ ist du eigentlich drauf ja das funktioniert ja eigentlich nicht so richtig als täte der schritt mal der haar heißt blöde sein ritzern wir haben im team ich lade schneller als jugo ja du bist bei mir noch bei 70 prozent es gibt es also bei mir ist jetzt fertig also bei mir ist jugo 48 jacks 86 und ich hab 99 bei mir sind alle fertig außer kennen ja einfach ein low pc 97 prozent bei mir hat es glaube ich den besten kriegen ja ich hab den besten aber meine stimme geht wieder in einmal ey es gibt es nicht die hundertprozentig ich hab im Moskau ich geh mit ihm die nache Barter war der Euro woau zu kreis und also mit aufnahm er wird mit mir öfterung so ist seit bis dahin wäre ich ich gebe die ich gebe die die hier soll es dann nehmen oder so recht schnell sperrnehmen Ich bin ja. Okay. Ich hab meinen Vorsprung. Okay. Willkommen in the summer. Willkommen to the summer spring. Ich würd sagen, du hielst kurz Chaco. Also du bleibst kurz, falls der gankt wird. Nein, nimm, mach ich schon. Boah, nix for the win. Ich weiß nicht mal was das heißt. Natürlich weiß ich das. Was denn? Keine Ahnung. Haha, du hast Malzah. Hallo Malzah! Er klickt nicht! Er klickt nicht! Er klickt nicht! Ich hab's auf ein Ding, gell? Auf Aufnahme. Aber der wird sich eh geportet haben. Der wird sich eh geportet haben. Der wird sich eh geportet haben. Hallo? Du? Hilf doch Shako! Nicht helfen, du Klaus 0 EXP! Nein! Ge weg, Leo! Ge einfach! Die gegen Idee nicht mehr! Jetzt ist zu spät, jetzt hau ab! Geh auf deine Lane! Dumme! Oh nein! Ja, der hat auch gecheckt! Der hat jetzt auch gecheckt, dass dem nur die Erfahrung stellen wird. Was sauber dir? Ja, der Hölz ist nur der Mana-Buff voll. Ja, schon klar, aber das kann ja sein. Ja, der Gegner schießt, Shako will auch den Mana-Buff. Oh mein Gott, den war best! Oh mein Gott! Oh, guck mal wie viele Puppen dem Golem Schaden machen! Okay, wir haben sinched und Shako oben. Das ist logisch. Das ist, du nehmt, den haben sie mal schlagen! Ja, ich bin so richtig. Ich bin so richtig. Jürg mal. Hey, du in die Jürgen? Oh nein, du hast hier du kommst. Ja, du hast dich gebraucht! also Schocko ist wieder da Oh la 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 Level 2 ey das war fein Leo wo bist du denn ich hab einen fetten Crit von ich hab Einführungsschlag gekriegt von die äh ne Crit von die und nochmal äh Jax ähm ein-, zweimal auf mich drauf springen und die Zeit ich hab's nicht mehr ich hab mir irgendwie voll nicht ein Last-Tits das hab ich so hell dringend aus Level 2 Alter ich ja immer noch erste Achja Schocko miss 3 also die zwei hier erscheint gut zu sein aber Richtige Moskau, Moskau Hauptsache der Tower geht als erstes Tower Hit auf mich es kann nicht sein jetzt ein Tower Top ich bin OP, ich hab Live-Freck du hast Live-Freck du hast Live-Freck Alfreck das ist OP, wie gesagt, du tust es nicht den Datten ich hab mich schon gewundert ich hab mich schon gewundert du deinen, was die oh mein, der hat ein Gift geschahnt er wollte mich werfen, ich hab's gesehen ich hab mal ganz Scheiß-Dinge gemacht ich hab mal ganz Scheiß-Dinge gemacht ich kann seh ich bin OP okay, Schocko kommt er hat sich geportet er hat sich geportet Guck Loll! sag's nicht! Loll! sag's nicht! es ist aber sein, als der hätte ich weil, solltet ihr sein? oh man sich nervt mich jetzt schon ich bleibe zu sehen nicht in Tower Reichweite, weil er nicht anwürft weil er ist nicht anwürft weil er ist nicht anwürft wo es weiß nicht, geht's doch er hat gar nicht anwürft ja, Schocko ist ein tolles Mal noch ausgehauen ja, Schocko ist ja, was war ich gerade ich hab mich für den Kildger keinen Assistent bekommen aber Schocko ist immer noch dauernd hat sich nichts gekauft ja, hat er doch ein Kild für die Kildger nicht gekauft nein, der Kildger nicht gekauft das ist weg dann ja, sollte er auch nicht ach so, jetzt check ich's, was du willst ja, aber das kann ich für dich du sollst in einmal und ich geh drauf und der ist tot yeah, ich hab mal ich find das so geil ja, für die Kenntnis ist voll gut was denn? was hast du? Mannabauf 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 mein Aim fällt gerade idiot was macht der da? weiß ich auch nicht oh, nehme mich abführt okay, ich hab meinen E-Spaal ne? mein Slow und Stun auch muss Split ça déira, ich hab mein Stun das war auch ein Ziel der hat uns geschehen ich bin scheinbar spartiert hier ist es nicht nur sauber FTV Ehe auch schon in meiner Nähe sie sind sie ist weg sie ist wieder da aber noch und was mehr ist Prozent Moskau ich hab ich wollte schon weg gehen weil ich dachte ich krieg den Last in meinem Kussbäll naja schön gesagt nicht wir sind gut und wir sind schlecht sind das weg aber ich denke mal er trägt sich einfach so wir haben die Medien guck da ich gehe jetzt so in die offensiven hoffentlich auch mann und ich will es sein weil wir im Tag ja okay ach schade das ist voll fähig ich hab die PS mit ja war schön ja doch nicht ich hab glaub ich darf das bin mir gar nicht mal sicher Leute noch egal ich versuch was gab das ist das weg ja der WTF Schocko nein der hat einfach nur die Klinge dahin geworfen ja ich hab Angst wenn Schocko die da wäre dann wäre es zu tun er ist erschaffen ja so wie es er war ja tot er war war ja pass auf dann lass sie dich nicht gängen ja wenn dann gehe ich äh Ali soll ich dir in der Mitte helfen wenn du willst wenn dann gehe ich mit oder ja Jackson muss aber ich glaub der ist base ich hab einen E-Span ey also Schocko ist immer noch Mist ne ey weil es ist es nur so und die Kraft das kann ich meine und die Kassen sind Eierke Hälfte wo ist er Warte ich gehe mal weg, shoppen und dann komme ich Hoppen Hoppen also Senker das nicht gerade schlau hat jemand nur live unten oder oben oder Mitte ja warte sag einfach dann unten sind beide mit ca. halber HP ja ich will die mal sehen damit ich da kommen kann warte mal ich will da jetzt in die Mitte hingehen aber irgendwie weiß nicht jetzt jetzt oh Seko 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 ich kann nicht sagen dass wir eine Erklärung da wird die Doppelkirche gehört auch übernommen in der Nähe ich dachte ich kann es sein dass wir eine Erklärung er kann da bekämpft werden miteinander das war lustig aber das war schön stimmt sogar damit wird aber kühlt haben sie gehört und so dass sie nicht eine ganze Zeit das war es auch ich hab schon können bei mir sein man sollte mir die hat mir auch überlegt ob ich die Verkaufung soll die Bühne Schwestern zu können also schafft es ja sehr gut Ja, ja, schon klar.